Rote Rosen Vorschau Folge 3848 Ralf bittet Annette, ihm eine Chance zu geben. Doch sie blockt immer wieder ab, aus Angst, enttäuscht zu werden. Marvin versucht, Ralf groß zu ziehen, damit er weiter für Annette kämpfen kann. Als Ralf jedoch desillusioniert nach einem gescheiterten Date auf Geschäftsreise gehen will, kann Annette ihre Gefühle nicht unter Kontrolle bringen und zwingt ihn, ihr ihre Liebe zu gestehen. Silke versucht, seine Gefühle für Tina zu unterdrücken, um ihre Freundschaft nicht zu gefährden. Tina bemerkt jedoch, dass Silke sich seltsam verhält und erzählt ihr davon. Wird Silke ihr die Wahrheit sagen? Während ihres Gesprächs mit Kara erkennt Elle, dass Merle eine besondere Rolle in Gunters Leben spielt. Als Gunter sie versehentlich Merle nennt, macht Elle deutlich, dass Gunter noch nicht bereit für eine neue Liebe ist. Simon bittet Julina und Hannes um Unterstützung für die Online-Rehabilitierung. Gleichzeitig zahlt sich Seiders Engagement aus und es tauchen Beweise für den Betrug ihrer Mutter auf. Und dann kommt sie auf. Passt auf der Seite auf. Das war zu. Wir können sie ein. Versen auf. Sie haben sie eineömische We Seal. Ich kann sie nicht als Geistluge sein. Duosi in den Betrug. Vielen Dank.